einen wunderschönen guten tag und willkommen zu ja pc bilden simulat eigentlich was komplett andere sagen zu euro tag simulator fix gefrühstückte beziehungsweise nicht gefrühstückt sondern zu abend gegessen ist ihm 8000 86k weil ich die mutigen was zahlst du zahlst du kollege msi und haupt platin der grafikkarte gar keine drin es ist gar keine grafikkarte drin soviel dazu was haben wir sonst noch wir haben natürlich mehr budget sie 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 ich hatte es gerade in den tutorials im internet ja es gibt bestimmt videos im internet gerade auf youtube und so wo man das lernen kann wie man mit pc umgeht oder was man machen muss es gibt so jemanden wie mich der schon mal pc bilden simulater gespielt hat ich trotzdem nicht an dem pc trauen da irgendwas zu machen ja nur wenn jemand karsel mit lager gespielt hat kann er nicht gleich den kompletten motor ausbauen und dem wir zusammenbauen das ist unwahrscheinlich dass er das nach einer simulation kann oder sehr gering sagen wir mal so unwahrscheinlich will ich das nicht unbedingt nennen deswegen wenn man jemand hat der ahnung von hat dann kann man sich mit dem zusammensetzen und sich das von dem beibringen lassen aber jetzt angucken und das nachzumachen da bin ich immer vorsichtig bei solchen sachen ok der hat eine wasserkühlung eingebaut cpu block wo nickel ist das haben wir denn überhaupt schon etwas in die richtung wo nickel ja jetzt muss ich nur mal welche das jetzt genau ist der ganz richtig müsste das land der hier richtig näher ist morgen dann passt das ja ok afrika zu muss man msi sein wo hat haben wir denn da so schön das msi kann ja warte mal machen wir doch anders wo habe ich es denn hier so kurz noch was nachgucken hersteller so msi hätte ich ganz gerne ok die teuerste dich bei 1800 das ist schon eine menge aber mit dem da mal ein vor allem bevor ich jetzt hier was einbau was für netzteil habt ihr denn überhaupt da drin warum zur hölle habt ihr ein 250 watt netzteil da drin was soll denn der schwachsinn will da ich dann maximal ausgeben 1.000 und den habe ich sogar noch zwei im inventar sogar noch besser dann brauche ich ihn schon mal nicht kaufen da würde ich am liebsten 28 da rein machen damit das schon mal 16 sind so msi ja die voller wird jetzt nicht gesagt was für eine grafikkarte deswegen würde ich jetzt was nehmen mit richtung 4 gigabyte ram aber damit tausend von zur verfügung haben würde ich einfach sagen wir nehmen da von zwei die cpu muss auch noch da rein noch mal gucken ob das dann vom budget her passt überhaupt weil das netzteil vergessen ist mit der grafikkarte norway keine chance man spart am falschen ende jetzt play ja genau jetzt bei heute sollte nicht den haken raus machen ich habe keine prozessorkühlung gekauft ich bin ja auch intelligent heute 630 haben wir noch wo das will aber sehr knapp mit dem budget glaube ich das ist ja so gerade eben passend gewesen nichts darauf am programm zum kotzen ich mache da direkt alle programme drauf weil wer weiß was da gleich kommt aber das dauert so ewig lange mit den dingern dann das ist das das ist ja kein problem irgendwie ja hin das ist dieselbe playlist wie gestern also spotify stream beat und dann sind wave endlich das ganze das ist die playlist die wir aktuell laufen haben ein boot gerät bleibt ja noch zu budget also knapp 400 100 wir wollen aber bestimmt einen leistungstest oder sowas haben sonst mache ich das eben dann dass die schwarze um die ganze programme darauf macht dann mal eben schnell benchmark test und wenn ich dann fertig bin simons wieder weil das dauert sonst zu lange also bis gleich so da sind wir wieder ich habe die pcs im laufen lassen habe den tag schnell beendet damit wir das ganze überspringen können damit was nicht nochmal eine aufnahme haben da gucken wir wieso ist der nackt da ist ja nichts drin so also da müssen wir cpu block ersetzen ich kriege schon wieder neue nachrichten das gefällt mir nicht ähm der ist fertig der hat einen nassungswert von 3779 der muss bis morgen fertig sein warum ist der unvollständig okay so neue nachrichten was habe ich denn hier du warst der mann ja es bleibt der ewige noob wenn der war heißt da glaube ich niemals ne er weiß niemals ne habe ich sowas war das wir machen erst den block rein dann kümmern wir uns um den pc ne passte drauf die teile verkaufen ja was der wasserkühlung und dann und dann kommt was richtig geiles waren war giftgrün ich mag diese farbe einfach und wann ist der fällig ist sondern wenn man das pc wird brauchen denn da überhaupt alles weniger als 3500 ausgeben afri karte muss msi sein ob das msi sein mehr als 2500 aus nicht die eigentlich verjagen also weg machen nicht verjagen weg machen speicher das ist inventar ja ich war gerade gedanklich komplett woanders was hat die eine 7 8700 k glaube ich auch ein koffer lake mother board hat mit zehn wochen von msi wo ist es denn jetzt ich bin gerade so ein bisschen durch man merkt es ne anstrengende arbeitstag so dann brauchen wir sockel coffee lake nehmen wir den ball des crossfire des speicher brauchen wir korreter machen wir bist eins mit rgb man weiß ja nie ob die eins haben wollen aber auch zwei grafikkarte müssen msi nehmen 1080 ja da gibt es aber zwei ich muss wissen welcher genau das ist elf willst du haben elf nicht mehr als 3500 ausgeben das sollten wir hinkriegen mcu machen wir noch eine rein ähm processor kühler äh bbbb ja aber ich jetzt wüsste wie der eine hieß den ich immer hatte Lüfterstrom, ne, effektiver Lüfterstrom mindestens, genau, der war das. CPU habe ich, Kühler habe ich, Speicher habe ich, Festplatte habe ich, Grafikkarte habe ich. Es sollte eigentlich alles dann da sein. Lassen wir mal kurz laufen. Und er hat ja mit dem anderen PC wesentlich mehr Leistung, kriegt hier so ein abgeflugstücktes PC einfach. War schon traurig. So, passt so drauf. Ne, ich muss erst den Arbeitsspeicher reinmachen. Dann überhaupt noch den Kühler drauf. Okay, das passt sogar noch, aber mehr kann ich dann hier einfach einen Kühler. Das wird sonst nix. So, Festplatte. Ja, aber ich kann die, ich kann die nicht einbauen. Ich weiß, wie ich den hier einbauen soll. Da unten hätte ich den reinpacken müssen. Das habe ich nicht gesehen. Letzte, 800 Watt sollten eigentlich reichen. Ich denke, das sollte eigentlich gehen. Ne, warte mal, kann ich noch gar nicht starten, weil ich habe noch gar keinen Stick drin. Ich werde mit euch, da geht gleich wieder irgendwas kaputt, weil ein PC ist. Ich weiß nicht, was ich vorhaben will. Weil die anderen hören rum, die Hände tausendacht ich die, ich will auch eine. Irgend so eine Scheiße, ich will gleich kaum hundertprozentig. So, okay, dein PC ist auch fertig, dann kann ich den schon mal abgeben. Ja, da kriegen wir hin. Das ist ja alles kein Problem hier. Wir sind ja im Rahmen des Ganzen, deswegen ist ja alles easy. So, wir lassen einmal... Ähm... Habe ich die Wärmeleitpaste drauf gemacht? Wenn ich die Wärmeleitpaste drauf gemacht habe und der trotzdem so eine Hitze hat, muss ich einen Flüssigkühler einbauen. Ah, okay. Hatte mich jetzt schon gewundert, warum wir da Temperatur haben von 80 Grad aufwärts. Der wäre definitiv ausgegangen. Selbst die beiden Grafikkarten haben jetzt schon eine Wärme von 60 Grad. Das ist schon eine Menge. Mal gucken, was das Netzteil sagt. Wir haben ja 600er, glaube ich, drin oder 800, ich glaube 600er, das Netzteil haben wir eingebaut. Kannst du mal aufhören, weiterzulaufen? Das wäre nett, wenn du irgendwann mal stehen bleiben würdest. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich alle böses oder das 800er? Das 800er Netzteil? Okay, lauf ruhig weiter. 625 Watt hat der. Okay, dann würde ich sagen, bis wann willst du den haben? Bis morgen? Dann machen wir das anders. Dann mache ich den schon mal dran. Und skipp das jetzt. Also, na, wir sind ja jetzt soweit fertig, deswegen kann ich jetzt einfach sagen, hier komm, beende den Tag. Und heute müssen wir Nevernoobs PCs abgeben. Lade, spiel, lade! Der müsste eigentlich immer 13.000, das ist mehr als genug. Der hat mehr als genug. Siehste, was habe ich gesagt, da kommt bestimmt irgendwas. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß gleich nochmal machen lassen, weil er die Kabel abhackt. Das ist so zum... Ja. Dafür habe ich es jetzt geskippt. Hast du mir nicht vorher sagen können, dass du lila Kabel haben willst? Das können diese erläutern. Also, was gibt es denn sonst? Neue E-Mails habe ich gerade gesehen. Dann krieg ich schon wieder eine Nachricht. Nein, hast du nicht verdient, Bob. Du hast dir mal gar nichts verdient. So, nenn man das PC richtig... Ja, bitte doch. Wer rüstet mein PC auf? Kein Scheiß, erstens? Neuzeile verwenden. Ganz wichtig! 32 GB aufwerten. Äh, XPG haben wir da drin. Gucken wir mal, Speicher. XPG, 16 GB sind das. Muss ich nur wissen, welcher genau das ist. Ist das 3000? Das ist 3000. Dann haben wir den schon mal. Orangene Kabel haben wir. Ach, von Crash ist das. Ja, für dich sofort. Jederzeit. Rot, gelb, schwarz ein Kabel. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir sowas haben. Rot, schwarz. Rot, gelb, schwarz habe ich hier. Rot, schwarz, blau. Rot, gelb, schwarz. Okay, dann habe ich es gerade falsch rum gesagt. So, 16 GB, was hast du denn da drin? Adata, 8 GB. Hab ich die noch hier? Warte. 2133, die habe ich sogar hier. Die brauche ich nicht bestellen. Afrik-Karte, hast du was? 1080 von Zotek. IMP Extreme, da müssen wir mal gucken. Ähm, schauen wir mal. Zotek. Ähm. 1080, wo ist die denn? Ah, wie viel Grafiken haben wir denn hier drin, bitte? Jetzt hat er ein E da mit reingemacht. Dann ist es kein Wunder, dass er die nicht findet. Da haben wir so 118. Äh. Äh. Es gibt verdammt viele Grafiker in dem Spiel. 1080 Ti, IMP Extreme. Das müsste die, glaube ich, sein, ne? Äh. Schock wollte ich jetzt nicht. E-Mail wollte ich ganz gerne nochmal offen haben. Aber keine Ti, die wir haben. Aber sowas in die Richtung geht das. Äh. Machen wir was anderes. Wie viel Budget haben wir denn jetzt ausgegeben? 500. Okay. Die sind ja gar nicht für sie. Äh. Gucken wir doch mal Grafikkarte. Was ist das für ein Budget? 1400. Ja, so Teure werde ich da jetzt nicht einbauen. Ähm. Sagen wir auch für 1000, da könnte man eine einbauen. Sollte eigentlich reichen. Sollte eigentlich reichen. Also die hat nur 1080, haben wir gesagt, ne? Das ist die hier. Die hat 11 GB V-RAM. Die schwierige Sache, was man da einbaut. Da muss ich doch Bauteileleistung machen. Ansonsten bringt mir das nix. Mal gucken, welche nix bessere ist. Ähm. Naja, es ist auch eine 1080 Di. Die hat nur eine 1080. Die hat auch gar keine 1080 Di. Ja, die hat 8 GB V-RAM. Könnte man die einbauen. Das müsste eigentlich reichen. Ach ne, der PC kommt ja erst morgen. Verdammt. Das ist doch nicht schlimm. Kabel, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, aber das hier. So, der PC ist auch fertig. So, ich trage dir einen Tag. Obwohl es die andere PC auch durch. Ja. Vielleicht klingt wie das Handy, weil sie wieder ihren Scheiß gebaut haben. Äh. Bob, ich hab da die perfekte Idee. Du bist doof. 64 GB RAM aufrüsten. Was? Passt ein Problem plus OC. Dein Ernst? Auf 4925 aufrüsten? Wärmeleidpaste auftragen. Junge, weißt du eigentlich, was du da für eine CPU drin hast? Da war Wärmeleidpaste drauf, du Idiot. Was hast du gemacht? Die abgelegt oder was? Doch gar nicht. 4700. Was haben wir? Board Coffee Lake. Oh. Ich krieg die Krise mit dem Typen. CPU Hersteller. Insel. The Lake. Was will er haben für eine Zahl? 4925. Soweit krieg ich die wahrscheinlich gar nicht hoch. Mach mal direkt den. Auf das Verkühlung. Mach mal Wasserkühlung rein. Glaub ich das sinnvollste. Aber ich krieg da den Dreier wahrscheinlich nicht rein. Ähm. So. Ne. Hersteller. Obwohl hat MSI was. Ja. Hat MSI. Und dann mit denen direkt. So. Was haben wir denn hier sonst noch? Angepasste Wasserkühlung für CPU installieren. Äh. Wasserkühlung wollen die jetzt. Okay. Jetzt kommen die alle mit irgendwelchen speziellen Ideen. Warum kommt ihr nicht vorher damit an? Wäre viel sinnvoller gewesen. Neue Teile verwenden. Ja genau. Den PC wollte ich mal eben haben. Den wollte ich als erstes machen. Weil der für Grashes. Den haben wir doch den Speicher. Oder? Den nicht für Grash. Der ist nicht für Grash. Wann schon eine Kabel installieren. Aber hier ist doch alles orange drin. Äh. Kabel. Äh. Ja. Da oben. Kann ich jetzt alle Kabel rausnehmen. Damit das hier überhaupt zählt. Der Rest ist orange. Da sehe ich gerade irgendein Kabel. Und das kann ich nicht ändern. Das Kabel. Machen wir es mal anders. Machen wir alle mal raus. Da sind jetzt alle Kabel ab, ja? So. Dann das Netz dann einbauen. Hier habe ich die falsche Farbe. So. 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 Jetzt. So. So. Also ich habe orange Kabel drin. Mehr orange kann ich nicht einbauen. Tut mir leid. Es gibt nicht mehr. Wenn ihr deswegen meckert, dann ist das nicht mein Problem. deswegen keine ahnung es gibt es denn noch einen orangenen kabel mantel gibt es doch das könnten auch noch ausprobieren bevor es abgeben nein man braucht generell wärmeleit pasta auf der cpu damit die nicht kaputt geht voll trottel und hätte die pasta abgemacht machen wir es mal anders genau 64 gigabyte ram aufrusten waren 30 ich bin gerade was ich das aber 64 brauchen was das billigste ist war dann immer zwei stück von da können wir haben es dann lüfter hersteller rgb hat so haben es denn msi 1 2 3 4 sollst du noch haben bei terabyte speicher verspürt ja dann auch mal mit ansonsten aber ich wissen welches gehäuse das ist mpg mac also müsste das sein dann nehmen wir das oder wenn wir den speicherbehälter habe ich glaube ich wenn wir den hier er kann denn habe ich doch schon ausgesucht die bieten blog gibt es nämlich auch als rgb da gibt es aber der von korsair kann ich nicht einbauen glaube ich weiß ich nicht bin ich bin ich sicher wir holen ihn aber trotzdem nicht ansonsten müsste das alles sein nein der trifft morgen die brauche ich heute die brauche ich morgen erst ihr dann dann ich habe morgen ist alles bestellt ist nehmen die dings habe ich noch gar nicht bestellen die pc teile aber muss bedenken man hat eigentlich weniger budget das ist ja halt das was noch mal dazu kommt habe so orange mantel das ist kein unterschied muss ich sagen da ist kein unterschied deswegen weiß ich nicht warum er mir das anzeigt dass ihr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 funktioniert so dass wir eine grafikkarte weglassen ich hoffe das funktioniert was habe ich denn sonst noch hier die cpu haben wir da können wir den auch schon einbauen dass der kühler kriegt ihn da rein sprecher warum auch mal den hier rein sein betriebssystem ist klar aber ich lass den pc erstmal noch stehen ja das passt so was ist mit dir angepasste cpu kühlung kann ich nicht weil habe ich nicht mit dem brauche ich noch ach der hat das gammel ding da drin da kann ich ja den testplatte ruhig einbauen mit den zwei terabyte aber das wird so schön dann machen wir direkt erstmal dick rein und dann gucken wir auf welchen der startet wir werden wir direkt erstmal die festplatte umändern machen wir mal luft die musik an so direkt erstmal das draufschmeißen dann Bis zum nächsten Mal. Kann ich da keinen Lüfter einbauen? Anscheinend nicht. Gut, kann ich auch nicht einbauen, sehe ich gerade, weil das sind so Monsterdinger, sehe ich gerade. Kein Wunder, dass das nicht geht. So geht es nicht schon wieder aus. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir wieder. Ist das mal eine Musik ausgegangen? Ne, ist doch nicht. Ich habe gerade gedacht, meine Musik wäre ausgegangen. Irgendwie ist gerade so ein bisschen koscher hier. Ewas. Wie macht sich gerade alles selbstständig? So, das kommt jetzt erst morgen, deswegen machen wir mit dem Tag Ende. Nein, 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 der soll das. Nein, der macht zu, macht zu, macht zu. ich wies das heute nicht durch die musik da muss ich noch einbauen okay die wollen nix so das ist mit dir und zahlung aus e mail nehmen es war noch eine komponente mit rgb beleuchtung hat er kommt da kommt ein bisschen früh mit anderen da hast du einen leuchter 55 0 so aus geht es richtung finale auch schon so eine stunde da war wer ist mein pc auf ja gerne doch was habt ihr jetzt ja das ist halt wenn man keine ahnung hat ja 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 komm schon wird das noch etwas hier ja 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 es gibt nicht auch support benötigt neh u vereinen hundertprozentig verdammen was habe ich gesagt hien was habe ich gesagt ist ursatz mehr super der virus auf dem pc juli das antivir programme da kannst du kein virus haben er hat auch was flüssigkeiten beseitigen als ob ich euer diener bin hier ich weiß ich bin es ja schon bald mal das trotzdem so dumm weiß man hat keine getränke am pc aber bei solchen turnieren nicht ja die liefern sogar hier hin da kannst du sehen wie schnell die sind und einer der gehäuse lüfter läuft nicht mehr du hast gar kein gehäuse dürfte da drin wie willst du hier verarschen 29 von 36 das ist aber ich schiss ja man bekommt immer genug punkte damit man wechseln kann also es gab es wie gesprungen ja wir so jetzt noch einmal wendels spielen wie ich sagen bleiben wir direkt bei denen aber genau wir nehmen wir noch eben an kam das reikopäck ja bleiben erst mal bei wendels danach gehen wir komplett zu dragons und danach machen wir die anderen ja 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 ja